In Lambach beim Sackgassen Schild rechts einbiegen. Amen. Amen. Vor dem Wald links in Schotterstraße zum Bauernhof Stürzer. Amen. Gerade kommen wir am Tourende zurück von der Hönigsberger Alm, rechts unsere Tour zur Karlhütte. Von rechts kommt der Wanderweg bzw. Aufstieg der Schneeschuh Tour. Die wunderschöne Anfahrt zur Karlhütte. 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 Die Karlhütte mit dem Kreuzschau beim Hintergrund. Nach der kleinen Wiese durch die Öffnung des Zaunes auf Walddrehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zapfenstraße zum Lerchenkugel. Zapfenstraße zum Lerchenkugel. Forststraße zur Jagdhütte Karlgraben. Zapfenstraße zum Lerchenkugel. Zapfenstraße zum Lerchenkugel. Zapfenstraße zum Lerchenkugel. 13,71 Meter. Zapfenstraße zum Lerchenkugel. Zapfenstraße zum Lerchenkugel. Ja. Ja. Links zur neuen Vorstraße Richtung der Leistenalm. Da. Ja. Das ist das Wichtigste. Vorne links könnte es nach der Satellitenkarte eventuell einen Abkürzer zur Malaistenalm geben. Wiesenweg nach der Malaistenalm Singletrail Malaistenalm. Die Malaistenalm Abzweigung Lammalm 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 Greifwald. Stichstraße zur Hönigsberger Alm Stichstraße zur Hönigsberger Hönigsberger Alm Kurzer Single Hönigsberger Alm Stichstraße zur Hönigsberger Blick nach Link zum Bauernhof Eberl. Waldweg Eberl Nach der Querung des Lambaches Schließt sich die Runde. Schließt sich die Runde. Schließt sich die Runde.